Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wunschpartner oder Wunschpartnerin Jeder Mensch möchte glücklich sein, auch glücklich in der Liebe Partnerschaft. Es sind Wünsche und Träume und Sehnsüchte. Und dieser Wunsch wird wahr. Aber wir sollen auch die kosmischen Gesetze beachten. Aber wer macht es schon? Die meisten Menschen projizieren ihre Wünsche auf irgendjemand und meinen dann, das ist die richtige. Und dann führt das oft dazu, dass von einem Traum ein Albtraum wird und führt zu Enttäuschungen und auch zu Trennung oder für eine unerfüllte Partnerschaft. Und das ist Leid. Und ganz viele Menschen befinden sich in diesem Leidenskarussell und wir sollen diese Leidenskarussell verlassen. Und da sollen wir auch Schritte machen, Entscheidungen treffen, aber auch im Vertrauen bleiben. Glauben an die Liebe, aber auch Glauben an uns selbst. Wo fangen wir an? Was ist der erste Schritt? Dieser erste Schritt können wir gerne klären. Das ist mal ein guter Beginn. Und das können Sie auch als Blitzberatung buchen. Bitte dazu schreiben Wunschpartner oder Wunschpartnerin und auch beschreiben die jetzige Situation. Wo sind Ihre Wünsche oder Sehnsüchte? Und da eine Klarheit, eine Orientierung ist sehr wichtig, damit man von dieser Leidenskarussell rauskommen kann, weil unser Leben ist sehr wertvoll. Und wir sollen auch nicht die Zeit verlieren und unglücklich sein oder eine unerfüllte Partnerschaft verspüren, weil das sind verlorene Jahre in unserem Leben. Also das wäre mal ein gutes Beginn, eine Klärung. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Ich benötige noch dazu die Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort. Auch die Geburtsdatum von Wunschpartner oder Wunschpartnerin. Und eine Blitzberatung, eine Frage zu beantworten, kostet 10 Euro. Aber damit haben sie schon mal die Klarheit und auch die Orientierung. Und es wäre der erste Schritt schon getan. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.